Heute ist nicht nur der Startschuss in eine neue Woche, sondern auch der Startschuss zu einem Aufwärtstrend. Wenn auch langsam. Das sind keine Sprinter, die da unterwegs sind, sondern eher Schnecken. Aber es wird ganz langsam heute schon im Laufe des Tages hier und da mal ein paar Sonnenstrahlen geben. Ein bis drei Stunden sind in den meisten Regionen drin. Vier im Südwesten, Südosten und bis zu zehn im Nordosten. Da scheint nämlich jetzt aktuell auch schon die Sonne. Das sieht ganz freundlich hier aus. Ansonsten haben wir es weiterhin erstmal mit diesen nassen Wolkenbahnen zu tun. Von Niedersachsen und NRW runter bis zu den Alpen. Da ist immer wieder ein bisschen Sprühregen dabei, in den Mittelgebirgen auch Schnee. Teilweise, gerade so südlich der Donau, auch bis ganz nach unten nochmal Schnee und entsprechende Glätte. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir genau auf dem Niederschlagsfilm hier nochmal diese Rutschbahnen quasi der feuchten Luftmassen. Und da ploppen dann sogar nochmal ein paar Schauer auf, die sogar am Nachmittag so eine leichte Ostwärtsbewegung drauf haben. Also bis etwa zur Elbe und auch nach Mecklenburg ein paar Schauer, die da drin sind. Ganz im Osten bleibt es aber ziemlich sonnig und trocken. Und auch im Südwesten sollte es die meiste Zeit trocken bleiben. Gerade am Oberrhein ein bisschen Sonnenschein ist da auch dabei. Und bis zu sieben vielleicht mal acht Grad. Die höchsten Temperaturen, die gibt es mit der Sonne im Nordosten. Die niedrigsten an den Alpen weiterhin, ja, um die zwei Grad ist schon mal ein bisschen mehr als am Sonntag. In der Nacht zum Dienstag, da kommt ganz langsam dann aber noch mehr Bewegung rein. Dieses Wolkenband, was hier quer über Deutschland hing, das verschiebt sich ganz langsam weiter nach Nordosten. wird dann erstmal frostig dahinter und heißt natürlich für den Nordosten ziemlich viele Wolken. Da wird es erstmal schlechter am Dienstag. Aber diese Bewegung muss stattfinden, damit wir von Südwesten her immer mehr Sonnenschein kriegen. Das sieht am Dienstag schon ganz gut aus, bis zu 13 Grad. Und am Nordosten wird es dann am Mittwoch schöner.